Aufgeregt beobachtet er, wie sie bezieht, dass ein Endvierziger in das komplette Chaos stürzt. Selbst verursacht zum einen, von außen verursacht zum anderen. Und dass der sich dann auf eine wundervolle, fast märchenhafte Reise begibt, verordnet von einem auch sehr märchenhaften Arzt, der wiederum einen anderen Arzt erfindet, der irgendwo in Island sitzt und ihm helfen könnte, runterzukommen, zu entspannen. Weil der Typ, um den es hier vor allem geht, der Adam, scheinbar einen spontanen Herztod hatte, von dem er selber sich wieder zurückgeholt hat. Und also vor allem Ruhe braucht. Diese Ruhe findet er in Island zumindest 24 Stunden lang, bis dann eine nächste Bombe platzt und er zurückkommt nach Deutschland und versucht sein Leben zu ordnen. Was ihn richtig misslingt, weil er plötzlich einen Patentroll hat, auf den er aufpassen muss. Und der, sagen wir mal so, der hat andere Vorstellungen von Zivilisation und von Recht und Unrecht und von Gut und Schlecht. Und mit der Zeit erkennt aber unser Adam, dass eventuell die eigenen Vorstellungen von Gut und Schlecht und Richtig und Falsch gar nicht so richtig und so falsch sind, sondern manchmal umgekehrt oder manchmal gar keinen Sinn ergeben. Es ist eine wundervolle Reise, die man vielleicht nicht erst antreten sollte, wenn man Ende 40 ist und seinen ersten Herzinfarkt hat. Das kann man vielleicht auch schon mit Mitte 20. Entweder es liegt an seinen Klamotten oder an seiner Körpergröße. Oder an beidem. Jedenfalls wird Magnus im Flugzeug interessiert beäugt. Links und rechts von uns wird getuschelt. Hier und da schießt jemand ein Handyfoto. Macht ihr nichts draus, sage ich, als wir unsere Plätze eingenommen haben. Die Leute sind schnell überfordert, wenn sie jemanden sehen, der ihnen fremd vorkommt. Ach, das ist schon okay, antwortet Magnus. Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich noch nie einen Troll gesehen. Ich glaube, du kannst jetzt mit dieser Trollgeschichte aufhören. Dein Ticket ist längst bezahlt und ich werde auch sonst Bord halten und dir ein schickes Partywochenende in Berlin spendieren, versprochen. Du glaubst, dass ich dir eine Lügengeschichte aufgezischt habe? Ja, genau das glaube ich. Nur, um dir das Geld für diesen Trip aus den Rippen zu leihen? Wäre absolut denkbar, oder? Glaubst du denn gar nicht an Märchen? Nein, nicht mal ein bisschen. Kleine Gesten. Also es gibt die Witwe Pohl zum Beispiel und da habe ich festgestellt, dass das immer so ein bisschen die Schultern zusammenziehen und dann eher immer mit dem Finger so nach vorn, dass so der Gestus von der Frau da klar wird. Selbst wenn die an manchen Stellen auch ein bisschen betrunken ist. Das ist dann so eine kleine Geste. Oder unser kleiner Magnus ist dann eben immer wie so ein Flummi, der aber nicht so richtig zum Springen kommt, weil er doch dafür dann wieder zu schwer ist, als er immer so ein angerissener Sprung ist. Also ich glaube, es funktioniert vor allem um die Körperlichkeit, dass ich mir die Körperlichkeit merke und dann in den Sprachgestes komme. Eine Stewardess erscheint und beugt sich zu Magnus. Entschuldige bitte, aber Bjarki, unser Kapitän, lässt fragen, ob du vielleicht kurz ins Cockpit kommen könntest. Er möchte dir gern die Hand schütteln. Aber klar, sagt Magnus, ich komme sofort. Außerdem hätten wir noch einen Platz in der Business Class frei, fügt sie hinzu. Magst du den haben? Ist ein bisschen bequemer als hier hinten. Danke, sehr gern, erwidert Magnus. Fein, dann bis gleich. Sie schenkt ihm ein sonniges Lächeln und verschwindet Richtung Cockpit. Hey, wieso kriegst du ein Upgrade? Keine Ahnung, vielleicht steht sie auf mich? So, wie sie dich angestrahlt hat, ist das durchaus möglich. Oder sie hat gesehen, dass ich humpele. Ich meine, ich bin ja in gewisser Weise doppelt behindert. Ich habe nicht nur kurze Beine, sie sind auch noch unterschiedlich kurz. Du glaubst, sie hat dir das Upgrade aus Mitleid gegeben? Nein, aber vielleicht denkt sie, dass ich mehr Beinfreiheit brauche. Irritiert schaue ich hinunter zu Magnus' Füßen. Sie reichen weder bis auf den Boden noch bis zur Rückenlehne des Sitzes vor ihm. Wenn er irgendetwas nicht braucht, dann ist das mehr Beinfreiheit. Als ich den Blick wieder hebe, sehe ich ein breites, zufriedenes Grinsen in seinem Gesicht. Reingefallen! Willst du wissen, warum ich das Upgrade bekomme? Ja, sag's mir. Es ist der Dank dafür, dass der Pilot mir die Hand schütteln darf. Weil du ein Rockstar bist? Nein, weil es Glück bringt, einen Troll anzufassen. Wow. Dann bin ich also mit einem Glücksbringer unterwegs. Das müsstest du längst wissen. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, hingst du an einer Klippe. War großes Glück für dich, dass ich vorbeigekommen bin. Oder? Etwa nicht? Er wartet nicht auf meine Reaktion, sondern marschiert selbstbewusst in Richtung Cockpit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017